2-0 Tipper Das Kornmacher klasse, großartig gespielt und superverwertet von Gianni Kuhlmann 2-0, quer rüber, klasse, Stabke, Heinzmann, superaufstack für die deutsche Mannschaft 2-0, quer rüber, klasse, Stabke, Heinzmann, superaufstack für die deutsche Mannschaft 2-0, quer rüber, klasse, Stabke, Heinzmann, superaufstack für die deutsche Mannschaft 1-0, quer rüber, klasse, Stabke, Heinzmann, superaufstack für die deutsche Mannschaft Was für eine Artiste! Von dieser Super-Fast-Ricke, macht sie ihn! Und macht sie ihn! Sollte für uns denken! Geht es fast mit rein! Was ist denn das für eine Sache? Da sieht man die Greite dieses Körs! Vier Waffe! Kühle hinter! Das ist der Waffe! Vier Waffe! Was ist das für eine Sache? Ah, ist das für eine Sache? Hier ist der Waffe! Die Waffe! Entwo! 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 Auch Jürgen sind so Bickel und Säumann verkürzt. Vier, 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 Ziermann. Ziermann hat sich in derinanderführenden. Ziermann. Jürgen, Jürgen, Jürgen. Jürgen, B구, Jürgen, Jürgen. Jürgen, 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 Jürgen. Meiner, ihr habt ihr abgelenkt. Rast immer, am ehemaligen Hammer. Reichmann, Jürgen, Jürgen, Jürgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist wieder mit dem langen Weg. Danke! Und er ist drin! Aufreichbar! Lang gewartet Elfstech! Danke! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017